Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Xylia. So, wir waren das letzte Mal, glaub ich, in der Höhle, hatten von unserem Vater eine geflatscht bekommen und müssen jetzt, äh... Glaub ich jetzt zurück zum Krankenhaus? Hatte ich das richtig verstanden? Aber ich würde das nicht, wenn die jungen Leute irgendwie überlegt behandelt. Das gehört schließlich zum Jungsein dazu. Vergehst du nicht dabei, auch mal an die ältere Leute zu denken, die darunter leiden müssen. Ja, schon? Du bist so ein Trottel, Jude. Was hast du dir dabei gedacht, dich einfach so in blöde Minen zu schleichen? Nächstes Mal nimmst du mich mit, kapiert? Dann machen wir gemeinsam die Sache, du Vollpfosten. ...halten. ... 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 The seasonal winds are kicking in. Time sure flies. But I still can't believe Mila's being discharged today. I bet the dock was floored by her rapid recovery. Heck, if I know, Dad and I barely talk. Mila wird mitgebracht, wenn sie bereit ist. Willst du das erklären? Was ist das? Ein Wann-Ein-Poster? Von Honor-Studien zu Fugitiv, oder? Es ist nicht so, dass es dich affectiert. Was hast du gemacht? Das Fugitiv macht es so, dass du etwas verletzt hast. Verletzt? Das Ding Mila gab es zu Ivor. War das es? Sprech ruhig, junger Mann. Verletzt es. Also, was? Willst du mich auf Mila schreitst? Du hast nicht genau so gut mit ihr. Jude, Jude. Du bist so naiv. Du wirst noch nicht wissen, was sie ist. Sie ist endlich aus. Mia! Ich bin gut. Ich habe den frischen Luft geflogen. Wie geht es um ein bisschen zu gehen? Good idea. Let's stroll to the Sea Haven. We'll take it slow. She never stops moving forward under her own power, no matter what happens. Do you know why, Jude? Was ist das? Nein. Warum jetzt, nach all dieser Zeit? Um die auf dem Feld gezeigten Figuren auszuwählen, lege sie einfach als Gruppenführer fest. Ja, wie? Ich weiß manchmal wie. Ist der ganze Werbe echt schon drei Wochen her, Mila? Mila, scheint es jeden Fall zu, um besser zu gehen. Ja. Ich muss ja nicht jetzt jeden anquatschen. Ja. 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 So. Wir dürfen evident reden. Wo sollen wir jetzt rein? Wurde ich in der Klinikeaus? Äh. Okay. Tue-tue-tue-tue-tue-tue-tue. Bis irgendeinem Grund hatte ich das für keine gute Idee. Das elemento herum. Das war's für heute. Das war's für heute. Was? Hm. For some reason it's been placed right next to bedwetting causes and cures. Come on Mila, we don't have time for reading. We've got a world to save. Oh je, der Armer. Da muss ich an jemand anderes da denken. Also, keine reelle Person, aber an so eine Person aus einer Fernsehserie. Der ist, glaube ich, genauso King. Nur nicht mit dem Vater, sondern mit der Mutter. Ähm, ja, ich soll mich hier ausbinden. Das hab ich getan, oder? Ah. Da. Das ist Bild reiben. Ruhe ist die beste Idee ziehen. Okay. Ruhe uns mal aus. Ruhe. 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 See, that wasn't so hard. Did I really do the right thing? Are you all set? Yeah, believe it or not. To be honest, I'm still in shock that you're leaving. You could have given us a little more warning. Sorry. It's your decision, honey. What about Dad? Still fuming. I see. Well, I'm eager to get going. Shall we be off? Huh? We've still got some time until the boat departs. True. But Elise and Rowan came all the way here to wish me well. It would be rude not to bid them goodbye before leaving. Yeah, I suppose you're right. Ich habe schon gedacht, dass man den Typen nicht trauen kann. Ich weiß auch nicht. Ich traue immer noch nicht und ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur ein Instinkt von mir ist. Speichern wir eben schnell. Und dann war ich noch nicht. Okay. Dann war ich halt noch nicht.